Ah, ein Hoverfighter ist das also. Wissen wir das auch. Und hallo zurück zu Sirius Sam 2. Erstmal umschauen. Jawoll! Huch! Ob das das einziges Item war hier? Dann schnapp ich mir schnell die Minigun. Und schau mal, dass ich hier möglichst viel wegkriege von dem Viecherzeug hier. Vor allem das Nervige natürlich. Also das Kleinfieh. Je kleiner, desto nerviger. Oh! Abgelaufen. Schade. War's das? Jawoll. Ist immer noch Musik. Wahrscheinlich wegen dem Bomber. Muss noch mal gucken. Aber ich glaube, hier wird nur eins sein auf dem Weg. Also zumindest im ersten Abschnitt vom Weg. Das wäre ja sonst ein bisschen arg zusammengequetscht. Nochmal speichern. Ah! Der ist so schnell weg. Vielleicht erwische ich ihn noch. Ich warte mal kurz, bis er wieder kommt. Ah! Verspannt. Na, wo bleibst du denn? Jawoll! Die Minigun regelt. Immer noch Sound. Au! Der hat mich voll erwischt. Ich kann mich nicht so schnell umdrehen. Ich bin zu alt für sowas. Ähm, ähm, ähm. Ja, erstmal... Erstmal muss ich hier gucken. Und der... Der Bomber kommt ja bestimmt auch gleich wieder. Äh... Ich wollte ja den Magen eigentlich kaputt schießen. Ja. Da kommt er. So. Erwischt. Oh. Ach, da komme ich sogar noch mal hoch. Na gut. Äh, F. Drück immer E. Hubschrauber schon wieder. Und Kugeln. Ja genau, bleib stehen, damit ich dich treffen kann. Ich seh hier gar nichts. So. Haha, ich bin verletzt. Da seh ich doch was. Ha! Erwischt. Ah. Mist, die treffen mich grad voll. So. Ist der Helikopter weg? Habe ich den noch mitgenommen? Ich glaube, er ist weg. Da kommt schon wieder so einer. So. Helikopter. Oh, das ist grad... Oh, das ist grad... ...gemein. Oh. So viel Zeug, was schießt von allen Seiten. Ups. 323. Das ist ein Schatz. Kein Secret. Mist. Okay. Okay. Der kommt doch bestimmt gleich nochmal. Oder auch nicht. Unten steht noch einer. Habe ich den Flieger noch erwischt? Kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Okay. Okay. Hier geht's gleich weiter. Aber erstmal muss ich hier gucken. Hoppala. Hm. Hier ist ganz eindeutig ein Herz. Steigen wir eben aus. So. Und wieder raus. Und wieder rein. Und einmal auf F6. Keine Gegner. Na gut. Ich dachte, hier wird's gleich wieder rumgehen. Was das oft tut, wenn man ein Secret gefunden hat. Ein Secret. Wen juckt schon die Aussprache? Ah, hier ist ein neuer Hoverfighter. Den werde ich mir wahrscheinlich auch gleich holen müssen. Nachdem ich hier mal ein bisschen aufgeräumt hab. Ich glaub, ich hol die mir gleich. Ähm. Wo ist er denn? Da unten. Da unten. So. Vielleicht hätte ich erst noch schauen sollen, ob ich die Hubschrauber kaputt krieg. Bevor ich mir das neue Teil hol. Jetzt ist der auch schon wieder angekratzt zum Käse. Nein! Ich hoffe, mich zu treffen. Kann ich da rüber? Ich weiß es nicht, aber ich wüsste es gern. Ah, wahrscheinlich nicht, oder? Obwohl. Steht da so verdächtig. Ein Gegner ist momentan nur der hier da. Okay. Der kann mir nicht viel tun. Ich guck mal, ob ich da rüberkomme. Oh, nein. Schade. Na gut. Dann nicht. Oh, neuer Hoverfighter. Supi. Erstmal schauen, wie weit ich komme. Dieses Mistding hier. Die sind einfach zu schnell. Mist. 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 Hm. Na, wo bleiben die anderen? Mist. Die Dinger sind so schlecht zu treffen. Einer. Na? Oh. Wenn der weg ist, schnapp ich mir den anderen Ding hier. Dauert jetzt ein bisschen. Na, komm schon, Junge. So. Und weiter. Wow. Spornt doch keine Raketenschießer direkt vor mir. Warum bin ich jetzt verletzt? Oder war der schon angekratzt? Ich hab grad gar nicht drauf geachtet. Äh, toll. Toll. Ich glaub, ich kann gleich nochmal umdrehen und den anderen holen. Und das werde ich auch tun, wahrscheinlich. Oder auch nicht, da steht ja noch einer. Ah, diese blöden Flugzeuge. Ah ja, die nerven voll. Ich mein, man muss sie nicht abschießen. Muss man nicht, aber will man doch. Oh, von hinten. Fände ich nicht gut. Und da. Na. Hallo? Wieso kommt ihr von hinten? Was soll das? Wart mal auf damit. Schnell umgucken. Weil da ist nämlich ein Schatz. So. Und ich glaube, da geht es gleich wieder direkt weiter, sobald alle Gegner tot sind. Der ist auch ein Schatz. Ich düse, 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 düse und sause, schritt. Ich geh mal lieber in die Nähe von dem anderen Hoverfighter. Das kann sein, dass ich den gleich brauche. Ui, 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 ui. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, sehr gleich. So. Ui. Ui. Und ich will da echt nicht plötzlich mittendrin stehen ohne. So ein Teil. Das ist nämlich echt hilfreich. Wow. Ein fetter. Richtig fetter. So. 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 Theoretisch kann man die Raketen abschießen, wenn man sie trifft. Ah, vielleicht bei dem Großen nicht, ich weiß es nicht. Hui, hier noch einer, nein. Marginus. Au, au, au. Puh. Na denn. Auf in die Stadt. Ich bin der König. Was? Ich bin der König. Huh? W- Das ist bekannt. Dass manifest. Nur in Kredi ... Untertitelung. BR 2018